Was geht ab, meine Damen und Herren, meine lieben Follower und sonstige Leute. Mein Name ist Teddy und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Durchgehört-Ausgabe. Und in dieser Ausgabe sprechen wir über das Deutschrap oder den Deutschrap-Monat März 2017. Wir haben rund fünf Alben, die wir hier besprechen werden. Deshalb würde ich sagen, lass mal nicht so lange vorweg reden, sondern einfach mal zum Eingemachten kommen. Und diesmal direkt mit Projekt Nummer 1 starten. Ich denke mal, dass einige aus der Vergangenheit schon so ein bisschen gespürt haben, dass ich definitiv ein Fan von Blut und Kasse bin. Gerade auch von seinen technischen Skills und deshalb hatte ich auch eine gewisse Erwartungshaltung bei Joy. Ich finde es auch irgendwie grausam, dass sein letztes Solo-Album-Macher-Modus irgendwie nicht groß Anklang gefunden hat. Beziehungsweise nicht groß gesprochen wurde, weil es sich ja tatsächlich als eines der besten Alben des Jahres heraus kristallisiert oder entpuppt hat. Und ich es auch dementsprechend verdient auf meiner Top 15 platziert habe. Ist auf jeden Fall schade. Ist ein Album, was ich mir heutzutage immer noch sehr, sehr gerne anhöre. Und dementsprechend hoch war meine Erwartung an den Nachgänger Joy. Und diese Erwartungen wurden definitiv erfüllt. Auch wenn ich sagen muss, dass man anhand von einzelnen Tracks schon merkt, dass es sich bei Joy nicht um ein Album, sondern um ein Mixtape handelt. Das hat er ja auch in vereinzelten Interviews angemerkt, dass es der Fall ist. Und ich finde, man merkt es rein qualitativ an der einen oder anderen Stelle schon. Obwohl man auch dazu sagen muss, dass selbst bei den Songs, die mir nicht so zugesagt haben, wie beispielsweise XYU, wir trotzdem sehr starke Strophen zu hören bekommen, was wiederum auch dafür spricht, dass Blut und Kasse einfach ein guter Rapper ist. Wir haben hier eine ziemlich breit gefächerte Beat-Auswahl, sodass wir uns von Trap hin zu anderen sehr Oldschool-lastig produzierten Nummern, wie beispielsweise Nivi D. Also es ist nicht wirklich Oldschool-lastig produziert, die Nummer, aber die ist auf jeden Fall beat-technisch ein sehr, sehr auffälliges Werk. Durchweg zeigt uns Blut und Kasse auf dieser Platte auch sein Talent dafür, sehr eingängige Hooks zu kreieren. Sowohl auf der Seite der Hooks, die wahrscheinlich auf der Live-Bühne sehr gut funktionieren werden, wie beispielsweise bei dem Titeltrack. Oder auch auf der anderen Seite, wenn es eher melodiös wird, wie ihr aufs Reden wollt, wo wir nochmal demonstriert bekommen, dass Blut und Kasse definitiv auch in der Lage ist, den einen oder anderen Ton zu treffen. Ich mag Yoi, auch wenn es vereinzelte Tracks gibt, die mir nicht so sehr zugesagt haben. Das Tape macht Spaß und bietet guten Rap auf guten Beats. Von mir gibt's eine 2-Milch. Die nach Ebbe und Flut gerade mal zweite Solo-Platte aus dem Hause 187 Straßenbande trägt den Titel Kohldampf und ist von Maxwell. Und von Maxwell haben wir ja seine ersten Gehversuche in dem Bereich Solo-Künstler schon auf der Safari-EP zu hören bekommen. Diese Safari-EP hat sich aber dadurch auch komplett abgegrenzt von dem ganzen anderen Kram, da es diesen einen prägsamen Sound gefahren ist und dem Titel quasi auch gerecht wurde. Denn es war eine sehr, sehr Afro-Trap-lastige EP, die durchweg auch, soweit ich weiß, von Rav Camorra produziert wurde. Kohldampf hingegen klingt wieder wie die traditionellen 187-Projekte, sodass wir auch überwiegend die Jam-Beats haben, die sehr Down-South-artig und synthihaft sind. Und ich glaube auch, dass Stress mit mir die einzige Nummer wäre, die sich wieder in dieses Safari-EP-Soundbild eingliedern lässt. Und vielleicht noch das Storylanes-Feature, aber da sind wirklich die Hauptverantwortlichen da für die Drums. Wer hier auf der Platte nach weltbewegenden Inhalten sucht, ist definitiv an der falschen Adresse, aber das sollte man auch grundsätzlich bei keines der 187-Straßenbande-Releases erwarten. Denn auch wenn sich die Jungs gerade soundmäßig so ein bisschen austoben, sind sie sich inhaltlich definitiv treu geblieben. So frei nach dem Motto, never change a running system. Trotzdem gelingt es Maxwell, seinen Charakter so zu etablieren, dass man ihn auch als Solo-Künstler wahrnimmt, obwohl wir hier auf der Platte auch ziemlich viele Features zu hören bekommen. Und ich glaube auch, hauptverantwortlich dafür ist auch unter anderem seine Stimme, denn die ist wirklich die perfekte Voraussetzung dafür, solch aggressive und asoziale Texte vorzutragen. Kohldampf macht Spaß und macht Hunger auf mehr und deshalb kriegt dieses Album ebenfalls von mir eine 2-. Für einige unter euch ist wahrscheinlich Cashmo gar kein Begriff, was ziemlich schade und traurig ist. Für mich persönlich ist er schon seit 2006 ein Begriff, aber ich bin natürlich ein spezieller Fall, weil ich habe Familie in Aachen und dadurch so gut wie alles im Untergrund dort Deutschrap-Technisch mitbekommen. Deswegen war mir auch schon zu Zeiten 2006 Motorbike ein Begriff und so weiter. Aber es ist eine andere Story, wie es immer auch sei, seit 2006 kenne ich Cashmo und bereits schon da habe ich gemerkt, dass Cashmo nicht nur ein guter Künstler ist, sondern ein ziemlich interessanter Künstler. Was aber auch nicht nur damit zu tun hat, dass er eine krasse und schockierende Vergangenheit gehabt hat, sondern auch rein aus musikalischer Sicht und bezüglich seiner musikalischen Fähigkeiten war ich vollkommen von ihm überzeugt. Denn er hatte ja auch schon in den vergangenen Jahren eine Karriere als Produzent und hatte unter anderem auch Platzierungen, wie beispielsweise auf Bushidos Album AMYF hat er den Selbst ist der Mann Beat gemacht und so weiter. Sodass man auf jeden Fall sagen kann, dass er sowohl rap-technisch als auch als Beat-Producer oder Produzent im Generellen fähig ist, gute Dinge zu kreieren. Darüber hinaus ist er ein ziemlich sympathischer und unterhaltsamer Typ, was man unter anderem auch auf seinem YouTube-Kanal zu spüren bekommt, sein echtes Stories-Format. Also wer sich die Videos reinzieht und dann kein Cashmo-Fan ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube auch, dass bei der Verarbeitung des Albums 1994 es sehr entscheidend sein kann, inwieweit du den Künstler auch kennst. Umso mehr muss ich dann den Schritt von ihm loben, im Vorfeld zu diesem Album eine wirklich richtig umfangreiche Dokumentation rauszuhauen, die auf jeden Fall auch einiges zu offenbaren hat. Und mit diesem 1994 Album hat Cashmo quasi den perfekten Soundtrack zu seinem Leben kreiert. Und demnach fällt es mir auch ziemlich leicht zu sagen, dass 1994 von Cashmo ein Meisterwerk ist. Insbesondere auch, weil er die Entscheidung getroffen hat, komplett das Album selbst zu produzieren und wirklich kein einziges Feature hier auf diesem Album seinen Platz zu geben. So kriegt man zu 100% Cashmo. Es gibt ja viele Rapper, die auch selber produzieren, aber es gibt nur sehr wenige Rapper, die so gut produzieren, wie sie auch rappen können. Und dazu zählt definitiv Cashmo. Ich bin ein riesen Fan vom West Coast Sound, also Dr. Dre 2001 habe ich gefressen. Und ich habe diesen Sound hier noch nie, nie, nie so authentisch aus Deutschland gehört, wie du es hier auf 1994 zu hören bekommst. Deswegen ist 1994 auch als West Coast Fan, der ich ja bin, beattechnisch das wohl krasseste, was ich in den letzten Jahren so zu hören bekommen habe. Das krasseste ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, das braucht noch ein bisschen Zeit. Aber ich sage mal, mitunter einer der Projekte, die ich nennen würde, wenn es um stark produzierte Platten geht, dann wäre 1994 auf jeden Fall in meiner Top 5, wenn man auf die letzten 5 Jahre mal zurückguckt. Wir haben hier Hooks, die sich in deinem Hirn brennen, die natürlich auch, wie viele es auch anmerken, sehr Nate Dog-lastig daherkommen, wenn wir von Hooks reden, wie von Broody oder auch Groupie oder auch Wir Schießen. Mann, 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 Mann. Und wir kriegen auf dieser Platte ebenfalls Strophen geboten, die auf eine Art und Weise geschrieben sind, die ich so in der Form noch nie gehört habe. Aber das ist auf jeden Fall Material für ein eigenes Video, was vielleicht in Zukunft noch kommen könnte. Und mit all den Erzählungen, die man aus den Videos kennt oder der Dokumentation beispielsweise, kriegt jedes gesprochene Wort auf diesem Album definitiv ein Grad an Authentizität. Was ja in der deutschen Rap-Szene ziemlich rar ist. Und es gibt zwei Songs auf dieser Platte, die komplett aus diesem West-Coast-Film herausbrechen, weshalb ich so kleine Abzüge hier tätigen muss bei dieser Platte. Aber trotzdem komme ich zur Gesamtnote und die ist heavy. Vor allem in diesem Jahr, glaube ich, bisher die stärkste, die ich verteilt habe. Denn Cashmose 1994 kriegt von mir ein 1-. Okay, ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Ich bin kein großer Kurdo-Fan. Das habe ich auch in den letzten Reviews alle schon gesagt. Almas oder auch Slumdog Millionaire habe ich es immer verlauten lassen, dass ich so meine Probleme mit dem Künstler Kurdo habe. Was im großen Teil eigentlich daran liegt, dass er es einfach nicht schafft, wirklich interessante Songs zu machen, die sich voneinander auch abgrenzen. Alles klingt gleich, sowohl soundmäßig als auch inhaltlich. Und das Ganze ist dann wiederum auch qualitativ nicht so hochwertig verarbeitet. Gerade auf der inhaltlichen Seite und der Songwriting-Skills von Kurdo. Und wenn mich Kurdo immer in der Vergangenheit catchen konnte, dann war fast immer der ausschlaggebende Grund dafür der Beat. Und das ist leider auch bei Vision wieder der Fall. Es gibt hier vereinzelte Nummern, die sehr Traplastig produziert wurden. Was ich irgendwie total paradox finde, weil er, glaube ich, auf der ersten Single auch explizit verlauten hat lassen, dass er auf Trap-Beats scheißt. Diese treten aber komischerweise hier bei Vision auf. Fand ich strange. Aber es gibt auch Beats, die eher nüchtern sind. Er hat natürlich sein Fable für die orientalischen Beats und so weiter. Die treten auch alle auf. Aber wirklich Großes kriegen wir hier sowohl soundmäßig als auch inhaltlich nicht geboten. Da kommen wir auch gleich auf die inhaltliche Seite, die ja eher zu wünschen übrig lässt. Die Strophen und auch die Hooks sind maximal solide, aber nach wie vor austauschbar. Und der Fakt, dass die beiden Feature-Tracks hier auf dem Album sich als die interessantesten Songs entpuppen, untermalt auf jeden Fall den Sachverhalt. Und das, obwohl der Song mit Genetik eine wirklich grauenhafte Hook-Up bekommen hat, die ist wirklich böse. Vision ist langweilig, austauschbar und wirkt einfach wie schnell runtergeschrieben. Und deshalb habe ich da nicht großartig Feierbares drin gefunden und muss dem Album dementsprechend auch eine 5 plus geben. Das erste Solo-Release von dem Flow-Monster Luciano kommt an den Mann, trägt den Titel Banditorino. Und in der Vergangenheit konnte uns Luciano ja vor allem mit zwei Hits überzeugen, die er ja in Zusammenarbeit mit seinem Partner Niki Santoro auf seinem Mixtape damals noch vertreten hatte. Ich spreche damals, das war letztes Jahr, als das Mixtape rauskam. Und ich finde auch, dass Banditorino dort genau weiter anknüpft. Wenn du ein Fan warst von dem Mixtape, was da vorher rausgekommen ist, ist auch Banditorino etwas für dich. Denn es geht rein soundmäßig genau dort weiter, wo das Mixtape aufgehört hat. Was aber auch wiederum heißt, dass es irgendwie nichts Überraschendes gibt. Dennoch haben wir viele Hooks, die definitiv hängen bleiben. Aber das größte Problem, was auch bei dem letzten Mixtape der Fall war, bleibt leider bestehen. Denn wir haben hier teilweise einfach Songs, die viel zu kurz sind. Und leider auch wie Skizzen wirken, nicht wie ganze Songs. Das hat sich hier leider auch bei diesem Mixtape gezeigt. Interessanterweise ist der beste Song meiner Meinung nach hier auf dieser Platte auch der längste, welcher Psychose ist. Eine sehr, sehr musikalisch-atmosphärische Nummer mit einer geilen Hook. Da muss man aber auch anmerken, dass der Song nicht aufgrund der Schreiberei des Protagonisten so lang geworden ist. Sondern eher, weil wir ein sehr langes Intro haben und gegen Ende auch nochmal Tupacs Stimme zu hören bekommen. Ist auf jeden Fall lustig. So offenbart dieses Mixtape leider wieder nur das Potenzial des Künstlers und erweitert das Ganze leider nicht. Es ist ein Power-Tape mit dem ein oder anderen Hit-verdächtigen Song. Aber ein wirklich rundes Werk sieht anders aus. Ich gebe Banditorino eine glatte 3. Hey, das war's auch schon. Wir sind am Ende angelangt. Und das beste Release des Monats grenzt sich hier bei dieser Episode sehr stark von den anderen ab. Es ist auf jeden Fall ein Tipp von mir an euch. Zieht euch dieses Album rein. Wenn ihr Fans der alten West Coast Sachen seid, gibt es wirklich nichts an diesem Album auszusetzen. Deswegen gebt euch wirklich das Album. Es ist ein sehr, sehr starkes Album. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch die ganze Sache gefallen hat. Hast du eine andere Meinung zu dem vereinzelten Album hier, die ich hier aufgelistet habe? Schreib sie mir doch bitte unten in die Kommentare hin. Und schreib mir außerdem in die Kommentare rein, welches Album, welches Mixtape, welches Release hat dir im Monat März am besten gefallen? Und welches vielleicht am wenigsten? Diese Auflistung von mir findet ihr unten in der Beschreibung, sowie auch die Links zu allen meinen Social Media Accounts, sei es Snapchat, Twitter, Instagram und Facebook. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich in dem nächsten Video, in einem nächsten Video. Mein Name ist Teddy und ich bin raus. Haut rein! Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.